So, ich versuche diese beiden Formeln für die Zentrifugal- oder Zentripetalkraft nochmal zu erklären. Als Beispiel habe ich eine Schallplatte und die soll sich drehen und da sind so zwei Figuren drauf. Der Zylindermensch ist nah dran und die Katze ist weit weg. So, die Bahngeschwindigkeit ist ziemlich einfach. Also ich habe ja V, ist immer Weg durch Zeit und der Weg beim Kreis ist 2 PR. Die Zeit nenne ich mal T. Bei der Schallplatte ist T ungefähr 2 Sekunden. In zwei Sekunden geht es einmal rundum. Da hat jetzt hier die Katze in zwei Sekunden einen weiten Weg, hohe Bahngeschwindigkeit und der Zylindermensch, kleine Bahngeschwindigkeit. Und dann gibt es aber noch was, was die gemeinsam haben, nämlich so einen 90 Grad Winkel machen sie in der gleichen Zeit. Also in zwei Sekunden machen sie beide 360 Grad. In einer Sekunde machen sie beide 180 Grad. In einer halben Sekunde machen sie beide 90 Grad. Und dieses Ding nennt man, ist ein griechisches Omega, das ist die Winkelgeschwindigkeit. Also so 360 Grad, sauber schreiben, so. Also 360 Grad in zwei Sekunden. Jetzt nimmt man hier aber nicht das Gradmaß, man macht es in Bogenmaß. Bogenmaß 360 Grad ist 2 Pi. Und die Zeit, je nachdem, und dann tun wir das hier wieder weg. Stopp, hier, das hier weg. Kein Gradmaß, Bogenmaß, das ist die Winkelgeschwindigkeit. Und dann habe ich eben hier einmal, also die Winkelgeschwindigkeit, kann ich, kann mit der Winkelgeschwindigkeit die Kraft ausrechnen oder kann mit der Geschwindigkeit die Kraft ausrechnen. Ich finde die Winkelgeschwindigkeit gerade für die Schallplatte sehr schön, weil man sieht, hier hinten, wenn der Radius größer wird, wird auch die Kraft größer. Doppelter Radius, doppelte Kraft. Das ist so, wenn die Katze ist weit weg und hat deswegen mehr Zentrifugalkraft als dieser Zylindermensch. Oktoberfest, Teufelsrad, je weiter aus man ist, umso eher haut es einen runter. Dagegen, das wäre hier so ein Beispiel, angenommen, jetzt, ich fahre mit dem Fahrrad, so, fahre mit dem Fahrrad, so, eine Kurve, jetzt ein bisschen sehr schnell. Also, ich fahre eine Kurve und ich fahre mit V gleich 30 Kilometer pro Stunde. Also, meine Masse ist fix, meine Geschwindigkeit ist fix, Bremsen geht nicht mehr, dann ist es natürlich, jetzt, an der Stelle, ist der Radius im Nenner. Also, ein großer Radius ist günstig, ein enger Radius ist schlecht. Ja, und hier ist es anders, wenn jetzt meine Winkelgeschwindigkeit fix ist, ja, weil ich auf der Schallplatte hocke oder auf dem Teufelsrad vom Oktoberfest, dann ist es so, groß ist schlecht, ja, R groß, dann ist FZ groß, ja, und hier bei der Kurve genau andersrum. In Wirklichkeit ist es ja die gleiche Formel. Also, ich zeige jetzt nochmal.